Was ist das Wachstum? Was ist das Wachstum? Was ist das Wachstum? Was ist das Wachstum? Oh ja, es ist gewesen. Schmose die Bäume gewesen. Im Wachstum Ghetto. Und was gewollt, da weg in der Welt, wo steht sich, in den Päutel, wie mir brennt die Jäden. Und mir brennt sie. Ein Fachs macht mir Finse. Aber das war es nicht. Und heut hat er nicht gekonnt. Bis wird er allein zu leben genommen. Bis wird er allein zu leben genommen. Er gewöhnt uns aber als Schlachtschitz. Er gewöhnt uns auch. Er gewöhnt uns in der polisischen Gouvernment in London. Und keiner hat sich nicht gewollt, zu nehmen sie. Bis wird er allein zu leben genommen. Und dann habe ich meinen Mann aufgepickt und bringe ihn nach Flemington. Und bringe ihn nach Flemington. Ziergte den Schmiel-Sügelbäum, Pfarrer Mohamed, er gewöhnt, also was hat er zu mir? Er hat mir so lieb gegett. Gott macht er so lieb gegett. Gott macht er so lieb gegett. Und gefahren nach Frankreich, sind sie gefahren. Und er macht er los, er ist ein ganzes Stieb, ein ganzes Apartment. Er wird dort in der Saal und dann soll dort in der Wolken, und dann soll er mit dem Schmerzen sein, mit dem Heim gegett werden. Also er hat mir so lieb gegett, ständig. Ich komme zu meinem Mann und dann war er. Bis hat er alles gesehen. Alles gesehen, ja. Oh, so ich war pizzt, also ich schaue ihn, ich weine, er ist gelaufen von, gelaufen von, also sie sahen in der, in der Gemeinde, also sie sahen in der, in der Verwaltung von, von der Steuart, und er wollte sein. Ich gedenke alle Dinge von ihm, von ihm gedenke ich alle Dinge. Er hat mir gelostet, und ich schaue, und ich schaue, singen in Hasomir, was ich gewollt, aber ich wollte singen in Hasomir, es ist besser für meine Familie zu sein in Hasomir, als zu gehen, in der Fabrik. Ja, in der, 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 hat er gewollt, ich schaue singen in Hasomir, und ich sahen besser, und ich sahen mehr, mehr beliebt, und ich habe eine schöne Stimme, und das hat Gott gewollt, also ich schaue singen dorten, und sahen dorten, und dorten, und ich besser aufdrehen, mit meiner Stimme, mit allen Dingen, und ich auch besser aufdrehen. Ja. Und ich will singen, und ich will singen, für die ganze Welt will ich singen.